Grüß Gott, mein Name ist Wolfgang Palme von der Cityfarm Augarten. Ich möchte mit dieser kleinen Grußbotschaft Bella Flora sehr herzlich zu seinem 40-Jahr-Jubiläum gratulieren. Bella Flora ist ein unverzichtbarer Akteur in der heimischen Gartenszene geworden in dieser Zeit und wir freuen uns und gratulieren sehr herzlich. Wir als Cityfarm sind noch nicht so lange unterwegs, erst knappe sieben Jahre, aber praktisch von der ersten Minute an gemeinsam mit Bella Flora. Und ich nütze einfach diese Gelegenheit, mich an dieser Stelle sehr herzlich für diese Kooperation, für diese fruchtbare Partnerschaft zu bedanken. Die tatkräftige Unterstützung Jahr für Jahr, jetzt gerade auch bei unserer Übersiedlung in den Wiener Augarten und auch diese Spendensammelaktion, die jetzt beginnt, sind einfach Ausdruck dieses gemeinsamen Unterwegsseins. Und ihr Motto Zusammenwachsen drückt es sehr schön aus und ich freue mich auf weitere 40 Jahre des gemeinsamen Lebens und Arbeitens und überreiche symbolisch zwei Hände voll Gemüse, einfach mit dem Wunsch, klein und groß in unserer Gesellschaft die Freude und Begeisterung am Gärtnern weiterhin nahe zu bringen.